Du hast die Regeln immer noch nicht geändert, oder? Ne. Oh, Christian! Thüringer Klöse, die mag ich sehr. Sie schmecken mir am besten. Egal wo ich auch immer bin. Wenn's Klöse gibt, muss ich sie testen. Ich bin... Hallo, das war unser zweites... ...weiterkommendes Part. So, Mario Kart und... Guten Tag, Christian, der hat reinklopft. Christian, mach doch mal auf, es klopft. Da sag ich gar nichts mehr, du, ehrlich gesagt. Da hab ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Und wir machen jetzt einfach weiter. Bis sowieso wer mitspieler will. Und wenn wir hinten liegen, ist der Ton wahrscheinlich kacke. Ist mir jetzt aber relativ egal. Ja, 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 ja. Beruhig dich mal ein bisschen, ihr. Völlig unmissig. Wenn nicht, dann mach ich so laut. Ist ja leid, doch mal, weil du musst du ein bisschen S.A.P. geben. Oh, Christian, halt zur Klappe. Beruhig dich mal ein bisschen, ihr. Ja, weil er inkompetent ist. Das soll jetzt mal so am aufstehen. Das soll doch auch so am Zelt. Am Zelt, ja, sicherlich. Nein. Ja. So, und gleichzeitig die Lautstärke runter machen, während ich fahre. Gott sei denn nichts. Also, wenn wir mal so eine Bilanz machen würden, wenn die letzten Parts Mario Kart gewonnen hatten, ich glaube, dann musst du ziemlich weit unten auftauchen. Das soll doch auch ganz weit. Das ist halt immer kein Problem. Nein. Ich weiß nicht, ob ich das sozial oder einfach nur du nennen würde. Sozial. Ey. Wenn ihr wer sozial ist, dann ist das der Assistent hier. Krieg immer aufs Baul, der Junge. Da guckt ja nicht mehr, das ist dann der 79, der Junge. Nee, jetzt davor wechselst du ihn mit dir selber. Weil die Zuschauer wissen gar nicht, wer sind, was in der 79 ist. Ja, aber, da, da. Das geht wie, ne? Ja, also lieber nicht, dann mit unserem Video. Das kann euch da auch, da auch Christian erzählen. So, denn der Christian, der soll gar nicht. Weil uns sehen, die Zuschauer, jetzt wird wirklich Christian hier sitzen, aber die sind nicht Christian. Weil die kennen die Christian ja eigentlich, weil wir nicht mal den Volken erwählen. Oh, Mensch, ist das... Es ist so merkwürdig, mit dem hier ist er sich. Aber es läuft. Wie ein 85-Hanno-Mark-of-Bosammel. Mensch, Philippe, warum nicht wegzuhören? Was? Er hat Fotopil gesagt. Das gehört. Oh, dieser Scheiß-Bauding und... Ich hab geschüttelt, Mann. Wollen wir Philippe sein Adresse so noch erwarten? Ja. Philippe, holt den... Iiiiih... Genau. Genau, ich... Ich muss nicht theoretisch auch wegziehen. Ja. Rein theoretisch, physikalisch und was ich eigentlich glaube. Aber theoretisch, das ist doch nicht... Das könnte man machen, ja. Woller, ey. Das ist eine Scheiß-Banner. Ja, auch noch. Ja, und Pau hinterher. Warum denn denn? Ja, f***. Nicht? Kann man ja mal machen. Warum nicht? Oh, den ersten Teil. Tööö. Ah. Und, was ist mir das? Die Lef. Hier zu was, was wir hier sagen. Du flüsterst aber hier erstmal gleich. Was ist denn? Nein, das ist nicht dein Ernst, ey. Diese Runde ist nicht mehr. Nein, hier sind Windy. Schiebogen, die ist Schiebogen. Ja, wer ist denn jetzt, ne? Aber ich bin nicht letzter, ha! 1-0 für Dortmund, ja, oh! Entschuldigung! Tja, das kann man ja mal so sagen. Also alle, die das Video gucken, 1-0 für Dortmund. Ja, Dortmund, 1-0 gegen Gladbach, 32. Ich bin heute noch flott. Leipzig oder was weiß ich. Schreibt doch mal in die Kommentare, von wem ihr Fan seid. Von Daniel Katzenberger oder von... Semmer79! Das ist eher Nils sein Fall, aber egal. Es ist mein Haushalt, es ist meine Wii und es ist nicht meine Fernbedienung. Da sind die Schuhe. Ich glaube nicht. Das kann ja auch aus meinen Zellen. Ja, erstklassige Startbeziehung auf jeden Fall. Oh, das ist schonmal gut. Wer hat denn diese doofe Pista hier ausgewählt? Ich hab keine Ahnung. Flipp da hast die Tür. Wer ist die Tür? Oh, die sich in den Rahmen befindet. Oh, die ist. Ein Türrahmen. Ich geh mit 5, 2 Euro bis hin fest. Äh, mindestens bei dir mindestens. Ja, 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 ja. Der muss in der Frühbomber durchpassen, sonst ist er schon 5, 2 Euro bis hin. Oh, ja, ja, ja. Und weil er zu groß ist! Ach, fritten! Oh! Kompliment! Ja, ja, das kann er mittlerweile besser. Der Pitta-Garton von ihm natürlich. Aber kontern kann er immer noch nicht. Ich auch nicht. Ja, das gebühle ist Christian, kann auch nicht kommen. Ich auch nicht. Also, der erste, der hier kontern kann, ist er Mr. Chip. Das kannst du auch nicht. Ah, ja. Da ist er ja auch dabei, Philipp Mann. Ich bin aber der Winx-Bean. Und dann mit dem Mr. Chip bin geil. Ob das so geil ist, weiß ich nicht. Ja, 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 ja. Da war noch ein Niveau, ja. Ja, ich so. Da war doch sogar noch. Ja. Mit dem D-Punkt. Das heißt, Dominik Keim. Das auch. Ja, geil. Mein eigener Panzer hat mich getroffen. Das kann man ja auch mal ab und zu mal machen. Aber ich bin erst dann. Meine Kürze wird irgendwie als größer hier meine Güte. Ja. Das ist schon, warum nicht so viel Pizza hier präsentiert worden sind. Das ist so viel Pizza wie dann Kuchen. Ich hab vorhin Kuchen mitgebracht. Nein. Nein. Ja, das ist bei dir rundherumgebend. Komm, gehst du doch okay, Dewey. Dann bin ich durch. Dann bin ich durch. Ah, ich bin schon durch. Ne, mich sozusagen, ne. Ach, scheiße. Oh, Philipp, ne, du bist ja wieder super platziert, ich. Hast du gerade das Rohr abgerissen? Ja, kann man ja einfach mal machen. Nils, du hast 6 Punkte immer so angemerkt, ne? Ja, also Nils ist wieder top in Form, würde ich mal sagen. Geht's hier auch mal irgendwann weiter. Ich will jetzt in ewig im Landeskrieg fahren. Ach so, schon vorbei. Ja, das war's, würde ich mal sagen, für diesen Part. Schaut auch mal gerne bei Philipp vorbei. Ist er in der Privatadresse? Philipp ist großes G0 und großes D. Was ist das? Wir verlinken ihn einfach. Das würde ich sagen, das war's wieder mit diesem ultraschäbigen Part Mario Kart. Und jetzt kommt er Christian.